Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Damen und Herren, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute geht es, wer jetzt gedacht, mal wieder um meine Katze Bonnie. Die chillt da hinten schon und sonst frisst sie eigentlich aber nur, aber heute, heute ist sie ein bisschen rumgelaufen, hat ein bisschen gechillt, so wie ich auch immer, bloß dass ich nicht laufe und vielleicht gibt es was geiles dabei, ich finde euch ganz viel Spaß mit dem Video, ich habe das beste versucht, weil ihr müsst wissen, Bonnie hat irgendwie auch Angst vor der Kamera, also what the fuck, wenn ich ein bisschen näher komme, dann rennt sie direkt weg, ich weiß nicht, ob das bei euren Katzen, Haustieren auch so, schreibt das gerne in die Kommentare, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video, es sind wieder einige lustige Sachen passiert und jetzt aber Bonnie-Film ab. Ja, bis jetzt eigentlich noch nichts Spannendes, sie ist ganz normal rumgelaufen, eigentlich ganz normal wie immer. Bis dann! Bis dann! Musik Dann hat sie auf einmal angefangen gegen das Lamm-Fail, was hier unten liegt, zu kämpfen Musik Und was darf natürlich auch nicht fehlen, richtig, dass sie wegrennt, mir den Rücken zukehrt, mich korbt, keine Ahnung was, bitteschön Ja, und dann hat sie sich auf einmal auf den Tisch gesetzt Einfach so, soll sie eigentlich nicht machen Was eine freche Katze Aber Freunde, jetzt mal ohne Spaß, Bonnie kann eigentlich schon voll das Model sein Also, so wie ich Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017